Ich befinde mich immer noch in der gleichen Aufnahme Session und es gibt immer noch Sachen wo ich nicht checke aber etwas habe ich angefangen zu checken und zwar wollte ich hier die Altertumsstätten ausgraben und habe gefunden hey wieso baue ich eigentlich hier einen Handwerker ich könnte doch so einen Archäologen bauen um das ausgraben dann habe ich aber festgestellt ich kann gar nien Archäologen bauen warum nicht ich zeige dir das war immer das nicht das weil ich müsste nicht das Kunstmuseum haben hier sondern ein archäologisches Museum im Theaterplatz innen damit ich einen Archäologen ausbilden kann ist ja eigentlich logisch das habe ich natürlich nicht so weit überlegt und weil ich nur zwei Theaterplätze habe in meiner Stadt oder drei zwei auf jeden Fall habe ich in beiden nur Kunstmuseen weil ich Künstler bin und nicht ein Archäologe Indiana Jones kommt bald 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 und ich sage dir auch wo nämlich nein nicht da in Basel Town sondern New Hellehof kommt dann noch sobald der Staudamm gemacht hat noch ein Kulturgebiet über sprich einen Theaterplatz und etwas haben wir auch noch machen und zwar nicht bei der Regierung sondern bei den Gouverneuren da habe ich etwas umgeschaut was ich machen will und eigentlich ist für mich klar dass du da Parks und Erholung noch rüberkommst weil das gibt mir noch etwas Kultur für Stadtparkmodernisierungen noch etwas Annehmlichkeiten wenn ich am Wasser bin und so weiter und so fort alles gut machen wir die anderen drei also die Moschka brauche ich gar nicht die Reina hätte ich viel früher müssen nehmen oder nicht brauchen und die Amani schicke ich dann los wenn ich dann keine Gesandte mehr habe in den anderen Stadtstaaten jetzt warten wir aber immer noch darauf dass die Renaissance endlich einmal vorbei ist und du kannst hier noch ein Sägewerk bauen habe ich überhaupt noch Handwerker oder ist das jetzt der letzte war nein ist gut alles easy peasy Hanoi 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 und irgendwann habe ich glaube ich auch einen gemacht oder ah nein da bin ich einen am machen ähm für mich der Freude berichtet Amerika hat Bauwesen Aufklärung abgeschlossen wow Militäroffensive gegen was schon wieder Russland fängt eine Militäroffensive an da oben äh Peter hör auf mit dem Seich im Fall das gefällt mir nicht weisst du kannst auf mich schiessen du kleine blöde Bogenschütze kannst auf mich schiessen kann ich auch auf dich schiessen ist das irgendwie unmöglich nein schade wir gehen da mal ganz in Ordner ähm da geht es nicht weiter schade gehen wir halt da wieder nach links so ähm was hat wieder zu wenig Wohnraum oh Vettibäck natürlich mit 17 Vettibäck ist ja mega gross merke ich gerade und New Helihoff ist auch an die Grenzen gekommen ähm da klingt das Unwetter ab das ist gut ähm ich muss gleich mit dieser Bombarde da rüber kommen ah da könnte ich eigentlich noch eine Strasse bauen hey ich brauche noch einen Händler ich brauche tatsächlich noch einen Händler und zwar einen von St. Gallery nach Basel Town habe ich noch einen Handelsplatz nein misch dann wollen wir gleich mal zu einem Händler kommen äh Vettibäck braucht wieder Platz ähm wo hast du noch Platz hier weißt du was da müssen wir ja schnell ein paar Felder kaufen haben wir Geld ja natürlich haben wir Geld wir haben ja lange und viel gespart dafür also du kommst nicht über das und du kommst nicht über das gut hätten wir das erledigt und gut haben wir darüber gesprochen wir gehen gerade da rüber und machen dann dort nachher ähm ja genau äh eine Strasse eine Strasse machen wir da hallo wir reden wieder mal Schwachsinn ähm komm bald auch eine Strasse wieso gehst du eigentlich dort rauf was machst du dort oben hallo ein bisschen ich weiss ist gut wow da herrscht ja noch einiges au 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 äh komm komm da gerade in den Wald rein schütz dich äh da sind wir am Ziel da geht es irgendwie nicht weiter dann gehen wir halt wieder zurück ja so einfach ist es und gerade ab in die nächste Runde hoi Teddy was willst du hä spinnt es dir eigentlich im Kopf hallo äh weiss was du kannst gar nichts haben von mir und du kannst mir das einfach so geben wie wärs wenn du mir ähm die Garten der lustig ist hä 10 3 äh vergesse es tschüss ich gebe doch dir nicht noch Geld weil wieso sollte ich dir Geld geben au 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 sind wir da irgendwie ja gut ähm da gibt es wieder Blitz und Donner äh Russland hat Amerika denunziert wenn ich das richtig gesehen habe äh ich müsste vielleicht mal schnell ein bisschen schauen wie das diplomatisch jetzt da läuft oh schau du gibst mir die Verkündung und wett ist der heilige Markus so 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 hm ja das hm ja das du könnte mich im Fall sogar noch drauf einlassen hast denn du Geld du hättest noch ein bisschen Geld ähm 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 was ist was willst du mit Kohle lieber Bub du hast keine das ist es ok ja aber dann musst du ein bisschen mehr Kohle springen lassen hey das geht ja gar nicht ähm weisst was die diplomatische Gunst kannst du behalten gibst mir lieber ähm sagen wir 100 Gold ähm das war zu viel so wie es aussieht äh 50 ah da sind wir schon näher also da kannst du auch mit 80 leben ja das ist wieder zu viel 74 ist auch noch zu viel 66 watsch mich verarschen muss jetzt bis auf 60 noch weiter runter sogar ja komm he aber 50 ist also nicht gerade wirklich ja den heiligen Markus weiss ich nicht ob ich dir wirklich den heiligen Markus will geben ja gut wobei der ist heilig äh komm wir tauschen mal ich wollte das mal gemacht haben ist gut Peter ist ok du hast schliesslich Dummies denunziert finde ich ok darf man so machen äh 3 Runden noch wie lange gehts noch bis das Zeitalter da endlich vorbei ist ich muss da endlich mal wieder an meine Wunder weiter bauen 4 Runden gehts noch sehr gut sehr gut ähm wieso bist du jetzt das am bauen wieso baust du jetzt den Spion und nicht gaza gaza darum weil es noch 4 Runden geht und da gehts auch noch 4 Runden ja also lassen wir den Fall lieber gleich schnell so ähm jetzt habe ich dafür nicht gesehen was es dort da könnten wir noch einen Theaterplatz bauen sag ich nicht so etwas tatsächlich nice dann bauen wir doch da noch einen Theaterplatz äh da oder da da oder da hm ich schlau fort da äh machen wir New Orleans ein wenig Konkurrenz nice dann haben wir jetzt die Bombarde da was kannst du da Handelsweg plündern musst du nicht im Fall ist alles ok äh du bleibst im Fall da verschanzt und El Cid kommt da mal schnell rein und wir machen dann da das mal schauen ob denn das funktioniert ich äh muss runter wie gesagt noch ein wenig Erfahrungen sammeln den Kurasier schicken wir da rauf äh der ist ein Nachkämpfer und zwar ziemlich starker sehe ich gerade wow sehr schön sehr schön dort kommen wir ja nicht weiter also gehen wir da durch weiter ja da geht es ja auch nicht weiter fahren wir voll in die Eisschellen rein wow aber zum Glück heisst dieses Schiff nicht Titanic ha 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 äh die könnte ich fertig machen möchte ich aber nicht darum gehen wir da rüber und dann kannst du mich verfolgen dort gut 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 hey ich komme bis da rauf nein ich komme nur bis da rauf gerade gedacht ok was schon wieder in die nächste Runde ja also los hopp pressieren mal machen mal vorwärts da äh habe ich mit dir noch offene Grenzen eigentlich wollte ich mal Diplomatie anschauen he ja ist gerade nicht nötig he ist gerade auf der Statur des Zingei di be maraha gestossen kann ich jetzt nachschauen wo das ist ah das ist wahrscheinlich irgendwo im Wasser das wird irgendwo irgendwo es wird irgendwo da zwischen innen sein und da komme ich eben einfach nicht hin weder von Süden noch von Norden das da auch nicht durch was wer greifst du jetzt du mich an hör doch auf mich angreifen wow du bist aber stark au 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 ähm gange mal da hin wieso komme ich da nicht durch wieso komme ich da nicht durch muss ich jetzt da echt einen Gesandten einschicken zwei müsste ich haben äh komm wir machen das mal komm ich dann nicht durch äh bleib nicht ich will dich nicht verlieren äh bitte nicht machen wir zuerst Indie fertig genau treffendes Weltkrieg steht bevor ja oh schau mal ein Badgeary kann nicht mehr wachsen schlecht da haben wir einen unheimlichen Vulkanausbruch äh wow der Peter hat auch ein Weltwunder fertig gemacht sehr gut jetzt kannst du da schnell ein wenig pennen und da fahren wir weiter da hat es einfach leider nien ein Weltwunder ausser du hättest das hier entdeckt das wäre jetzt aber ganz sehr krass eben schon gedacht gut dann gehen wir da wieder langsam füren besser gesagt wieder zurück und ab in die nächste Runde und Lissabon ist immer noch hast du es vielleicht schnell gesehen am Arsch so eine Runde eine Runde 16 was haben wir da unten auch 16 21 11 22 ich muss das da irgendwie noch beschleunigen das dauert mir zu lange ähm das bedeutet ich muss noch in einer Einheit ein Befehl geben genau du kommst da hin und jetzt geht es in die nächste Runde das brauchen wir noch ein paar Bautrupps wo muss ich die ja schon wieder bauen weiss es nicht mehr da oder da nein da glaube nein da glaube nein was willst du nein gibt es nicht du bist sowieso hässig auf mich von dem her gesehen alles easy ähm besiegt Lissabon wurde besiegt ah von wem denn ah schau jetzt jetzt wissen wir wer da so aggressiv ist nein greife nicht mehr an nein du bist ein Sack ein Elend äh echt man äh alle Vorschläge eingegangen ich habe gar nichts gemacht stadt stadt notfall abgelehnt wir werden diese Eroberung nicht ignorieren bin ich eigentlich auch dafür aber der Peter der zweite hat dagegen gestimmt und die Wilhelmina auch aber jetzt ist doch 3-3 und darum ist es abgelehnt worden ja ok hey ich habe so viel diplomatische Gunst was mache ich eigentlich mit der ich kann ja mit der eigentlich gar nichts machen die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität geführt Wohnviertel gibt es jetzt sehr gut machen wir dann wenn es soweit ist äh die Allianzen sind wieder abgelaufen gut dann haben wir ein Dürer in Amerika meine Einheit ist tot äh wir wählen aber zuerst Ausrichtung Naturschutz da kommt nämlich der Mountie über da muss ich aber ein Wohnviertel machen ein forsches Funkwesen ich muss zuerst schauen was wollen wir die Reformkille ist mir eigentlich wirklich so etwas von egal oh da gibt es 2 Gesandte ich brauche unbedingt oh da gäbe es 3 Gesandte zeigen wir mal was muss ich alles haben nichts ich kann das direkt einfach so nehmen dann machen wir natürlich Naturschutz auch wenn das 7 Runden dauert wir haben die Zeit easy peasy wie lange geht es noch wir machen gross Zimbabwe fertig oder ja sehr schön machen wir haben wir doch ein wenig zu lange gebraucht ja ich brauche da oben Wohnraum ich weiss ich weiss ich weiss wo gehst du mal da hin diesen Wohnraum arbeiten weiter kommst du natürlich wieder nicht ähm mit der komm ich da nien durch also gehen wir mal da hin vielleicht komm ich ja da noch ein wenig durch kommst du gerade rüber da kommst du gerade rüber da ah ich kann äh neue Allianzen die ich dann noch machen will genau mache ich sicher nicht mit den Deutschen mit den Russen die sind mir zwar freundlich gesinnt ich weiss aber ja ich muss da mal schnell schauen also Wirtschaftsallianz ist eigentlich recht gut gelaufen da äh wir schauen aber zuerst mal schnell was hast denn du da du bist in einer Monarchie wir haben dort eine dauerhafte Botschaft errichtet dann erzählst du mir da ganz viel Zeugs zugreifst du geheime äh ja wir haben ganz ganz viele Sachen miteinander gemacht ok da sind wir überall auf der Stufe 2 ja ok komm wir tun mal zuerst Freundschaft verkünden ja 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 und jetzt können wir ja da noch schnell eine Allianz machen ich mache mit dir wieder eine kulturelle Allianz du gibst mir ja sicher Geld dafür wie wärs mit Geld pro Runde 3 ja nehmen wir an weil es du bist das ist ok Teddy mit dir möchte ich auch gerne Freund sein eigentlich nicht wirklich aber ich bin jetzt einfach mal ich mache mit dir eine Forschungsallianz ist das ok ist das wirklich ok ähm Militär will ich nicht wieso kann ich keine Wirtschaftsallianz machen kann ich mit dir eine Wirtschafts mit dir kann ich wieso kann ich mit dem Teddy keine Wirtschaftsallianz machen wäre jetzt eine Allianz dieses Types mit einer anderen Zivilisation achso oh all right aber ich würde eben gerne mit dir ähm kenn ich machen Peter du machst mir nämlich langsam Sorgen so darum gehen wir in die nächste Runde haben wir jetzt kurz und spitz entschlossen ähm jetzt machen wir endlich mal die Renaissance fertig da das Sorgen sonst ewig komm wer braucht nochmal einen Befehl du kannst jetzt da dich verschanzen das ist ok und du bist jetzt da unten es gibt nicht schlimme Menschen auf dieser Welt als euch habt ihr etwas dagegen wenn ich den anderen verkünde dass ihr kein Volltrottel seid ähm dass wir in Freundschaft geeint sind leider können wir momentan keine formelle Freundschaft eingehen ja ich finde es eben nicht so cool dass du dort die Lissabon eingenommen hast ganz ehrlich gesagt ähm ah schon wieder Musik ok im Geheimnis an der Völker ihr habt Gerüchte das habe ich doch schon mal gemacht ähm ein feindlicher Sprung kommt erfolgreich 27 Gold aus der Stadt Polkmanagerie abschöpfen was 720 Gold wo habe ich denn so viel Gold gehabt du what krass so ähm machst mir jetzt du die da fertig bitteschön ok habe ich jetzt den Spion da wow nice ähm Bernanto kann nicht wachsen und du kannst auch nicht wachsen Pech der Münd äh warte du gehst aufs warte warte mit der die Stadt wechseln Gegenspionage Christoph warte 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 ah du bist du bist mein Gegenspionage wir machen Gegenspionage im Fall wenn du das bist geschützt in der Stadt so im Bezirken in der Bezirke geschützt im Handelszentrum geschützt Campus Regierungsplatz wow ähm nein kommen wir gleich auf Offensive wir gehen in die Stadt und zwar möchte ich gerne auf Buenos Aires ähm ähm wobei nein komm wir gehen lieber aha schwierig 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 wir gehen da hin und zwar mit der Malers Sichtbarkeit die Quellen erschaffen wenn wir zuerst auf eine Höhe nein nein Gouverneure neutralisieren nein nein wir machen Mittel abschöpfen okay mach einfach gut er macht wahrscheinlich was er will er ist ja schliesslich so etwas ähnliches wie der James Bond oh ich hab nicht geschaut wie er geheissen hat das hat mich jetzt noch interessiert so Sachen finde ich aber viel spannender als was man machen kann wie die Leute heissen äh ich komm da nicht mehr durch weil ich mit dir nicht mehr Freund bin Scheibe hauen wir es halt da aussen rum so ist gut können wir in die nächste Runde ja und jetzt wird dann hoffentlich die Renaissance endlich beendet sein das aber habe ich mir jetzt gerade mal schnell einen Schluck gönnt aus meiner frischen Quelle und ich komme gleich noch einen Zeitalterpunkt rüber weil wir mit Russland ja sehr schön so komm mach jetzt endlich mal die Renaissance hier und dann komme ich auch nach einer Kavallerie über und eine Militärakademie sehr schön so habe ich dafür nicht gesehen was hier gestanden ist man kann halt nicht alles gleichzeitig machen immer schön eins nach dem anderen äh Peter hat Babylon den Krieger geklärt finde ich nicht schön Babylon warte schon mit denen bin ich glaube guter Kollege hey jetzt fern ihr mich anfangen nerven liebe Zivs was hast denn du da oh was ist passiert nein ist mir jetzt das Spiel abgestürzt oh nein gut Glück ich betrachte ich betrachte eurer Zivilisation in erinnerung und verstehe warum die ganze Welt erfolge und weiss und lagen du preis ihr habt ja gerne Schmeichler schön eurer Zivilisation ist das Modell nachdem ich an eurer werden sehr schön du bist auch ein Schmeichler du die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streit ja 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 ist gut ich will jetzt da die Widmung zuerst noch wählen nein halt zuerst da schauen Babylon ja ok ist mir egal nehmt das Babylon ein das ist mir egal dann Spreitonto kann nicht wachsen St.Gelgari kann nicht wachsen ähm neue Quests hat es gegeben die studiere ich jetzt aber nicht dann hat es ein heftiges Unwetter gegeben auf dem Meer Klöber hat Hagia Sophia abgeschlossen haben wir Glück gehabt Groll das brasilianische Reich hat dem Stadtstaat Babylon Krieg erklärt und den wir befreundet sind 50 Groll müssen wir dann schauen was wir machen können wir können aber zuerst noch die Widmung wählen ähm was helden zeitalter helden zeitalter helden zeitalter helden zeitalter helden normal dunkel dunkel ihr sind alle heldenhaft unterwegs sag nicht so etwas ähm plus 3 Stadtbevölker für Städte die auf einem anderen Kontinent gründet werden also sprich eine Hauptstadt plus 2 Fortbewegung für Mariengewässer ähnter leuer Debra oh das klingt gut Münzeform wenn er nicht geblendet werden internationale Handelswäge bringen plus 3 Gold wow gondes zeitalter herzschlager verdammt gepatet und für Wunder von meiner Städte spätere Wunder das ist auch gut gondes zeitalter zu den waffen schadet nein 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 ich mache den herzschlag vom Dampf natürlich das bestätigen wir auch gerade so dann haben wir dritte Groll ja 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 ist gut ist das jetzt äh Ja, sehr gut. Ich möchte dich gerne auf St.Galgary schicken. So. Dann bist du da. Was? Ich habe den Pelz noch nicht angeschlossen. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie lange steht der Fuchs schon in der Landschaft rum und sucht nach Gänse? Viel zu lang, so wie es aussieht. Da geht es nicht mehr weiter. Ähm, wir müssen da durch, jawohl. Und jetzt könnte ich schon in die nächste Runde gehen, aber ich möchte zuerst mal schnell mit dem Peter reden. Irgendwie habe ich die Rolle gegen dich. Hm. Wie wäre es, wenn ich mit dir Freundschaft verkünde? Ähm. So. Und komm, ich mache bei dir noch eine Botschaft. Das habe ich eigentlich auch. Da habe ich eine Botschaft. Ja, bei dir möchte ich nicht. Da habe ich keine... Was, was, was? Ah, da. Überraschungskrieg. Ha, wollen wir nicht. Nein, nein, ist gut. Ähm. Freundschaft will ich eigentlich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ja, da haben wir ja überall solche Botschaften. Okay. Lassen wir es. Komm. Ich habe zwar noch sicher Sachen zum Handeln. Vielleicht möchtest du ja eigentlich etwas. Ähm. Ich habe nämlich... ...es Führungspelz. Und du hast keine. Nimm doch. Ist der Bug immer noch dein? Ja, er gibt da immer noch nur noch 1 Gold. Äh, weg. Ähm. Vier und sechs. Was? Du willst noch Judith? Geht es noch? Ähm. Wenn du das wegnimmst. Du willst keine Pelz. Du willst einfach keine Pelz in dem Fall? Ja, dann lass es sein. Ich hätte dir jetzt den Pelz gegeben. Vielleicht willst du schon du. Ähm. Ich glaube aber du hast. Ähm. Nein. Also. Ähm. Ich bin dafür. Dass wir das annehmen. Einfach so. Dankeschön. Gut. Dann machen wir nämlich. Wieder fast 300 Franken. Das ist gut. Nächste Runde. Oh. Habe ich eigentlich nicht wollen. Ja, nur. Jetzt mache ich sie noch. Äh. Es geht hier eh noch 3 Runden. Hier geht es noch 2 Runden. Äh. Du willst eben die Forschungsallianz. Jetzt weiss ich nicht, ob ich das machen soll mit dir. Echt. Äh. Schau. Wenn du mir Geld dafür gibst. Ja. Aber schon. 10 muss ich haben. Komm jetzt. 9. Ja komm. Machen wir. Weil du bist Teddy. Ähm. Du hast jetzt auch noch etwas. Du willst jetzt eben die Wirtschaftsallianz machen. Äh. Nur wenn du mir noch Gold pro Runde gibst. Ja komm. Ja komm. Machen wir. Das ist okay. Das ist. Das ist. Eigentlich. Brauche ich noch Händler? Sehe ich gerade. Ich habe 2 verloren. Wow. Äh. Da kommt wieder einer. Sehr schön. Ähm. Königin des Nils bedankt. Ja. Ja. Blablabla. Komm. Mach. Mach. Ich möchte wieder spielen. Yes. Grosse Persönlichkeit. Geht's. Sehr schön. Da kommt das Unwetter immer näher. Auf Baseltown. Dann können wir da den grossen Schriftsteller. Jetzt haben wir ihn doch. Wow. Ich mache ja überall Fortschritte da. Ist gut zu wissen. Okay. Ja natürlich rekrutiere ich dich. Hallo. Ja ja ja. Ja ja. Ist gut. Äh. Cavendish. Ist das ein Schweizer Schriftsteller? Hm. Äh. Gibt's Babylon noch? Oder gibt's Babylon nicht mehr? Ja. Wir gehen da hin. Ähm. Machen wir dich gerade zum Suzerien? Nein. Nein. Wir machen das einfach mal noch so. Wir tun das schön langsam hin tasten. So. Ist gut. Äh. Du bist jetzt eben der. Und kannst ja da hin gehen. So. Bücher schreiben. Zum Beispiel. Die Gleisende Welt. Abrechnung mit der Naturphilosophie. Das ist gut. Aus dem Raum hinaus führte ein Gang in das Schlafgemachtes Kaisers. Ja ja. Ist gut. Ah. Habe ich jetzt nicht wollen. Aber ist okay. Habe ich überhaupt noch Platz? Nachher? Für? Ja ja. Ich habe da noch Platz. Ah. Ich habe da jetzt ein Gemälde natürlich. Weil ich ja das getauscht habe. Sehr schön. Sehr schön. Was bist du? Du bist der Händler. Dich schicken wir auf Basel Town. Nicht Boston. Basel Town. Weg beginnen. Sehr schön. Und dann haben wir da nochmal jemanden. Ja. Mit dir könnte ich jetzt gerade noch einmal hin gehen. Wo es viel Geld gibt. Geld gibt es mir in Voronezh. Voronezh. Da gibt es aber fast keine Kultur. Da. St. Petersburg gibt aber auch fast keine Kultur. Ich bin eher aus. Dass ihr mehr Kultur gebt. Da. Philadelphia. Du gehst mir in dem Fall bis auf Philadelphia. Mach das. Das ist okay. Dann. Ja. Habe ich das immer noch nicht gemacht. Mach es doch das endlich. Und du kommst da rüber. Da wird es eh nicht weiter. Also da komm ich nicht weiter. Ich sehe es ja. Da ist es irgendwie schon fertig. Aber Voronezh hat da recht Gas gegeben. Das sehe ich gerade. Ich komm da irgendwie nicht mehr hoch. Das heisst ich muss da rüber. Oder. Da runter. Das wäre natürlich auch noch etwas. Das könnte man natürlich auch noch. So. Jetzt. Elf Runden. Dann haben wir da in einer Runde den Theaterplatz. Das läuft. Das läuft. Da müsste ich noch irgendwie schauen. Dass ich mehr Produktion herbringe. Kauf doch mal das Feld da. 2, 2. Ah. Das. Es gibt gleich viel. Ah. 3, 1. Ist eigentlich überall. Ist okay. Was ist wenn ich irgendeines weg nehme. Zum Beispiel das. Und das da rein tue. Geht es dann schneller? 16. Nein. Es geht nicht schneller. Kann ich. Fabrik jetzt da kaufen für 1000 Franken? Ja. Mach das. Dann geht es nämlich nur noch 14. So spielt man Ziv. So läuft das. Genau. Also. Wir sehen das. In der nächsten Folge wieder. Danke fürs dabei sein. In dem Sinn. Cheers.